Die Sonne scheint ein herrlicher Tag und trotzdem freue ich mich natürlich, dass Sie zu Hause vor dem Fernseher sitzen und uns bei einem leichteren Leben verfolgen. Denn heute ist auch irgendwie ein grüner Tag. Stefanie Kralewski weiß, warum heute ein grüner Tag ist, denn es geht heute um den St. Patrick's Day. Ganz genau. Du wirst erzählen, warum es den gibt und was wir alles feiern können. Das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Zumindest bist du sehr glücklich und hast viel Glück mitgebracht. Was es so zu besprechen gibt, das werden Sie heute im Laufe der Stunde natürlich erfahren. Außerdem freue ich mich über eine weitere Hexe, das zumindest steht auf ihrem Questico-Profil. Sie ist nämlich als Brockenhexe bekannt. Silke Illing ist bei uns im Studio und Silke wird heute uns viele Tipps geben, wie wir unser Charisma, unsere Ausstrahlung verbessern können. Denn jeder kann am Charisma und an der Ausstrahlung arbeiten. Und wir kennen ja besonders charismatische Menschen. Das sind Menschen, die einen Raum betreten und man spürt sie einfach schon. Und dann gibt es wiederum die Menschen, die eher so ein bisschen 0815 sind und die gar nicht so auffallen. Manche wollen gar nicht auffallen, viele leiden aber darunter. Man kann aber was für sein Charisma tun. Ganz genau. Da kann man auf jeden Fall was tun und mit ganz einfachen Mitteln kann man was tun und auch ganz schnell. Denn Charisma ist etwas, ist kein Zauberhandwerk, sondern Charisma ist etwas, was man sich antrainieren kann beziehungsweise was man einüben kann. Denn es gibt einige Studien, Charisma ist so ein Herzöffner. Wer charismatisch ist, dem fliegen die Herzen zu. Und deswegen haben sich auch Universitäten damit beschäftigt und gefragt, was ist eigentlich Charisma? Und haben in verschiedenen Fragebögen herausgefunden, dass wir Menschen charismatisch erleben und empfinden, die etwas haben oder etwas zeigen, was wir selber gern hätten. Und wenn ich ein geringes Selbstwertgefühl habe, finde ich jemanden charismatisch, der dieses Selbstwertgefühl einfach ausstrahlt. Oder wenn ich eine Romantikerin bin und kann meine Romantik nicht leben, finde ich sicherlich jemanden charismatisch, der romantische Rollen in Filmen spielt. Also immer das, was ich im Mangel habe, und das zieht mich beim anderen an, das sehe ich beim anderen, das möchte ich auch haben, das möchte ich leben. Das weckt so eine Sehnsucht in mir. Und aufgrund dieser Sehnsucht nähere ich mich dann dem anderen. Das bedeutet aber, dass jeder von uns, wenn er Mangel hat, natürlich etwas dagegen tun kann. Das heißt, dann braucht er aber auch irgendetwas. Also was benötige ich, um plötzlich ein charismatischer Mensch zu werden? Es ist natürlich so, wenn es überwiegend am Selbstwertgefühl liegt, sollte man natürlich da auch irgendwo arbeiten. Meine kleinen Zaubermittel, die ich heute mitgebracht habe, ersetzen jetzt keine therapeutische Arbeit oder innere Kindarbeit. Und dennoch kann man so Charisma in 60 Sekunden herzaubern. Zum einen über die Körperhaltung, das ist das Einfachste überhaupt. Denn das fängt ja bereits beim Lächeln an. Augen eines Menschen, der nicht lächelt, so wie ich jetzt, haben einen gewissen Ausdruck. Wenn ich mir jetzt mal die Hand vor den Mund nehme und zu lächeln beginne, verändern sich auch die Augen. Das heißt, es ist das Einfachste überhaupt, denn wir kommen in Blickkontakt, wir kommen in Kontakt mit dem anderen über die Augen. Und das wichtigste Ausdrucksmittel sind die Augen. Und wenn wir dann lächeln, dann verändern sich die Augen. Und das zieht dem anderen an. Das ist eine ganz schöne Übung eigentlich. Man sieht sofort, dass da eine Veränderung ist und plötzlich merkt man auch, die Ausstrahlung hat sich auch verändert. Also müssen wir A, schon mal lächelnd durch die Welt laufen. Lächelnd durch die Welt laufen und vor allem erhobenen Kopfes. Denn diejenigen, das ist eine Technik aus dem NLP, die immer vor sich hin starren, die eine schlechte Körperhaltung haben, die sehen ja eigentlich nur Füße, die sehen nur Beine vor sich und das ist schlecht fürs Unterbewusstsein. Wenn ich den Kopf dann hebe und den Brustkorb weit mache, dann bin ich bewusst. Ein bewusster Mensch hat ein geöffnetes Brustbein, das ist diese göttliche Ich-Bin-Gegenwart, wo man immer sagt, da habe ich das Schwert vom Erzengel Michael. Ich bin wer? Ich bin. Und deswegen immer schön den Brustkorb öffnen und Haltung bewahren. Wie man früher gesagt hat, Kopf hoch, Kinn raus, Brust vor, Haltung bewahren. Das ist Präsenz. Und Menschen, die präsent sind, werden gesehen. Schon mit dieser Präsenz fängt es an, ob ich jetzt so hier hineinlümmel oder aufrecht sitze. Wenn ich präsent sitze, erweckt das bei dir gleich, hoffe ich wenigstens. Und das Empfinden, da ist jemand, der ist präsent, der hört mir zu, bei dem bin ich gut aufgehoben zum Beispiel. Was du auch gesagt hast oder mir mitgeteilt hast im Vorfeld der Sendung, das fand ich auch ganz interessant, dass Charisma auch nichts mit Optik zu tun hat. Das heißt, nicht jeder sieht aus wie Brad Pitt oder Angelina Jolie. Und trotz alledem können Menschen charismatisch wirken, auch wenn sie vielleicht das ein oder andere Manko haben. Genau, und das hat was mit unserer Schwingung zu tun, mit unserer Aura-Schwingung. Aura ist für uns hier ja bei AstroTV kein Geheimnis mehr. Viele Menschen beschäftigen sich mit Aura-Boostern oder wie man die Schwingungen besser zum Ausdruck bringen kann. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Denn alles, was ist, das schwingt. Und wenn ich die richtige Schwingung bei mir habe, dann schwinge ich anders und spreche jemanden an. Da gibt es zum Beispiel für Hormone Duftstoffe, die die Schwingung der Aura verändern. Aber es sind auch so Kleinigkeiten, oder Kleinigkeiten sind es ja nicht Affirmationen. Wenn ich in mir eine Affirmation spreche und einfach sage, ich bin toll, ich bin schön, das muss man ja nicht laut sprechen, das muss ich für mich sprechen. Oder mich an eine Situation erinnere, wo es mir besonders gut ging, wirkt das sofort aufs Aura-Feld. Also hängt Aura und Charisma irgendwie zusammen. Das bedeutet, wenn ich eine positive Aura habe, das heißt, dann strahle ich ja schon, dann wirkt sich das natürlich auf mein Charisma aus und ich gehe doppelt strahlend durch die Welt. Ganz genau, du sagst das. Es gibt so einen schönen Spruch, dass der Körper der Handschuh der Seele ist und die Sprache ist der Türöffner zum Herzen. Das heißt, wenn ich als Person präsent bin, drückt sich meine Seele dadurch aus und jemand, der beseelt ist und der beseelt lebt, der wird von den anderen wahrgenommen, weil wir alle eine Sehnsucht danach haben, mit unserer eigenen Seele in Kontakt zu sein. Aber vielleicht auch Ängste. Das bedeutet, ich muss mich natürlich auch gewissen Ängsten stellen. Das kennt man von Phobien, die die Flugangst haben, die eine Spinnenphobie haben, setzen sich mit dem Thema auseinander. Das heißt, müssen die Spinne irgendwann mal auf der Hand halten können, um zu merken, so schlimm ist es gar nicht. Das bedeutet, was kann derjenige machen, der vielleicht am Charisma einen Mangel hat? Es ist so, wenn wir uns mit unseren Ängsten konfrontieren und da durchgehen, durch welche Therapiemethode oder Technik auch immer oder sei es Homöopathie, Akupunktur, es verändert ja etwas in uns, es ist eine Erfahrung, die wir machen und durch diese Erfahrung greifen wir und diese Erfahrung wird uns immer verändern. Das heißt, jede Erfahrung im Leben wird die nun gut oder schlecht bewertet, verändert uns immer, verändert immer unser Lichtfeld. Ich sehe ja die Aura seit meiner Kindheit und da bin ich deswegen auch auf die Idee gekommen, die Aura zu boostern mit kleinen Mittelchen, weil ich erlebt habe, dass wirklich geringfügige Einflüsse im Äußeren, auch geringfügige Einflüsse im Denken oder im Fühlen wirklich das Aura-Bild grundsätzlich unterscheiden. Das mit dem Aura, das ist natürlich eine Geschichte, die du schon seit Kindheit siehst, ohne dass vielleicht der ein oder andere auch dieses gleiche Talent hat, aber es gibt ja mittlerweile die Aura-Fotografie. Das heißt, man kann sie auf Bild festhalten. Du hast heute mal zwei Bilder mitgebracht, wo man wirklich auch eine Veränderung der Aura sehen kann durch ein gewisses Hilfsmittel. Genau, es gibt also verschiedene Hilfsmittel, die Aura schöner zu machen, leuchten und strahlen zu lassen. Und hier habe ich jetzt mit Diamanten natürlich, ich habe ja den Diamantshop bei AstroTV gehabt, mit Diamanten gearbeitet. Hier hatte ich mein Aura-Bild machen lassen ohne Diamanten und dann habe ich mir den Diamant-Anhänger umgemacht damals und habe dann zehn Minuten gewartet. Umgekehrt? Nicht, das ist ohne, umgekehrt. Genau, habe zehn Minuten gewartet und da sieht man, die war vorher schon nicht schlecht, aber die ist nochmal richtig aufgegangen. Das, was man hier gelb sieht, das kann der Computer nicht umrechnen, das ist eigentlich goldene Schwingung. Goldenes Licht ist die höchste Präsenz vom Licht. Und wenn wir goldenes Licht ausstrahlen, haben wir das, was wir bei den alten Meistern Heiligenschein genannt haben. Es gibt ja diesen Heiligenschein, den die alten Meister malt haben und das ist nichts anderes als eine hoch schwingende Aura. Das heißt, wenn ich so leuchten und so strahlen will, wie auf den Werken der alten Meister, muss ich einfach was für mein Energiefeld tun. Und ob das jetzt Affirmationen sind, ob das jetzt ein Diamantwerkzeug ist, ein anderes Energiewerkzeug ist, ob es Affirmationen sind, die ich in mir spreche, ob es ein Tee ist oder Pheromone zum Beispiel, das spielt keine Rolle. Diamonds are the girls' best friends, das hat sie damals schon gesungen, Marilyn Monroe. Und das war wirklich auch eine Frau, die für Charisma gestanden hat. Also wenn wirklich man denkt, die hatte das gewisse Etwas, dann war es wirklich Marilyn Monroe. Die hat einfach Leben ausgedrückt, pure Lebendigkeit und Lebenslust. Trotz ihrer Schwierigkeiten, die sie im Leben hatte. Aber trotz alledem war sie immer sehr präsent. Du hast gesagt, es gibt viele Hilfsmittel, wie man die Aura in 60 Sekunden verändern kann. Ein paar hast du uns schon mit auf den Weg gegeben, nämlich lächelnd durchs Leben zu laufen. Aber es sind noch andere Mittel, die du mitgebracht hast. Und da geht es um einen ganz gewissen Tee, den wir heute zubehalten werden. Und Sie kriegen natürlich auch sämtliche Informationen über den Tee heute noch auf unserer Facebook-Seite. Aber natürlich auch im Laufe der Sendung. Ich komme gleich wieder zu dir. Und es gibt noch einige Termine, die Sie wahrnehmen können. Mehr Informationen kriegen Sie im Internet oder natürlich auch telefonisch. Sie kennen unsere Alice Schüler, die ist die deutsche Reiseleitung. Die nimmt an diesen schönen Reisen teil. Und man muss an dieser Stelle immer wieder sagen, auch da trifft man Menschen, die alle das Gleiche wollen. Die alle die gleiche Energie haben. Und wenn sie vielleicht alleine sind und noch gar nicht wissen, was sie in diesem schönen, in der nächsten Zeit als Urlaubsziel geplant haben, dann ist hier doch ein guter Tipp. The power of Ayu Shakti, Ayu Veda. Ja, jetzt. Da waren eher zu viel für mich im Kopf. Aber Sie können mehr Informationen bekommen. Und unsere Alice Schüler, wie gesagt, wird Sie begleiten. Sie können eintauchen in eine spirituelle Welt. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Denn auch da kann man Selbstbewusstsein schöpfen. Auch da kann man im Grunde genommen viel Energie tanken. Und jeder, der schon mal so eine spirituelle Reise gemacht hat, der wird es auch bestätigen, dass sich da was verändert. Ja, und Ayu Veda ist das beste Beispiel dafür. Denn in jeder Körperreinigung, ist das jetzt ein Fastenseminar oder Ayu Veda, entlasten wir den Körper, reinigen den Darm. Und das führt dann dazu, dass die Augen mit Leuchten und Strahlen anfangen. Dieses Augenweiß wird richtig hell und klar. Und Menschen, die von einer Darmreinigungskur kommen oder einer Ayu Veda-Kur kommen, haben sich wirklich die Augen verändert. Und wir haben ja gesagt, es gibt Augen, das sind der Schlüssel zur Seele. Und die Augen haben so viel Ausdruckskraft und sprechen den anderen an. Wir gehen in Blickkontakt und kommen in Kontakt mit den anderen. So ein Reinigungsprozess, so ein körperlicher Reinigungsprozess ist auch immer wirklich ein Aura-Booster. Und es gibt Kraft und Stärke auch für einen selber, wenn man ein bisschen selbstbewusster auftreten kann. Ich glaube, dass das wirklich ein Problem in der heutigen Zeit auch oftmals ist, weil viele Menschen auch beruflich oftmals untergebuttert werden. Und die Grenzen oftmals überschritten werden, gerade von der Chefetage oder so. Und da muss man sich auch mal wehren. Genau. Aber da fehlt es oftmals. Da hast du recht. Und das ist ja auch so, wer wenig Selbstvertrauen hat, wer so das arme Ich ist oder das arme Opfer ist und so zusammengekommt da ist, auf den wird keiner aufmerksam. Dann kann man zwar noch zu einem Tick greifen und so wie du hast, du hast jetzt einen wunderschönen Schal umgetan. Der leuchtet und strahlt richtig, wenn man wirklich so was Neonfarbenes oder Kraftvolles dann trägt und wenn man es sich nur in die Tasche hängt, dass man allein durch die Kleidung oder durch einen Anhänger auffällt. Das ist manchmal bloß eine Kleinigkeit, die es braucht oder eine Brosche, dass der andere hinschaut. Aber wenn dann schon die Körperspannung verloren gegangen ist, hilft das oft auch gar nicht. Und deswegen, wenn man zum Beispiel zu wenig Selbstvertrauen hat und muss in die Chefetage, dann nimmt man sich ein warmes Getränk. Wir haben ja unseren warmen Tee noch, denn ein warmes Getränk öffnet. Deswegen, wenn ihn der Chef oder wenn dir der Chef etwas Warmes anbietet, meint er es gut mit dir und wenn etwas Kaltes angeboten wird, dann geht es hart zur Sache. Wenn man einen harten Stuhl angeboten bekommt, geht es ebenfalls hart zur Sache. Und wenn man etwas Gutes, wie ihr mir hier gut getan habt, etwas Gepolstertes angeboten bekommt, dann soll ein konstruktiver Austausch erfolgen. Und das lernt man dann so auf Managerseminaren. Also das, was ich jetzt gesagt habe, es ist wirklich kein nichts herbeigezaubertes. Das habe ich auf einem Managerseminar gelernt. Bietet jemandem was Warmes an, wenn du mit ihm ein konstruktives Gespräch führen willst, wenn du ihn öffnen willst. Und bietet ihm etwas Kaltes an, wenn du ihn harte Dinge an den Kopf werfen willst. Also wenn ich zum Chef rein zitiert werde und der fragt ein Wasser oder einen Kaffee, nehme ich lieber den Kaffee. Immer den Kaffee nehmen, genau. Du hast wunderbare Kräuter heute mitgebracht. Das hat jetzt gar nichts nur mit dir als Brockenhexe zu tun, sondern das sind Kräuter, die jeder zu Hause nachkaufen kann und sich seinen eigenen charismatischen Teel zubereiten kann. Da hast du vollkommen recht. Das sind Mittel, die man in jeder Küche findet. Und wenn wir jetzt so in den Küchenschrank gehen und mal nachschauen, was wir vielleicht jetzt noch aus der Erkältungsperiode mit dabei haben, wird der eine oder andere Anis mit zu Hause haben, Anis oder Fenchel, was wir hier haben. Die schönsten und größten Anisfelder, die gibt es in der Türkei. Das sind Landstriche wirklich nur mit Anis-Dolden. Und bei den Türken, nach dem Essen, gibt es ja Anis und Fenchel geröstet. Die röstet man an und dann kaut man die. Hat auch wieder was mit dem Darm zu tun und auch wieder was mit der Ausstrahlung. Zum einen für den Darm. Wir wissen ja, dass der Darm eigentlich das größte Ausscheidungsorgan hier neben der Haut auch ist. Und viele Krankheiten aus dem Darm kommen und der Darm macht Ausstrahlung. Und wenn wir jetzt diese Anis- und Fenchelsamen essen, macht das auch einen guten Mundgeruch. Und die Hildegard von Bing hat zum Beispiel darauf Wert gelegt, dass man Fenchel-Tee trinkt, dass man sich Fenchel aufbrüht. Weil sie hat gesagt gehabt, Fenchel klärt die Haut, macht eine schöne Haut und macht schöne Haare. Und deswegen soll man wirklich auch jeden Tag einen Liter Fenchel-Tee trinken. Und wenn man schöne Haare und eine schöne Haut hat, ist man ein Mensch, der sich wohlfühlt in seiner Haut. Und das trägt natürlich auch zur Ausstrahlung bei, während Anis natürlich das Liebeskorn ist. Anis öffnet für die Liebe und macht beliebt. Und jetzt könnten wir im Grunde genommen die Anis- und Fenchelsamen nehmen, ein bisschen anrösten in einer Pfanne. Und könnten sie nach dem Essen nehmen, um die Verdauung zu unterstützen, aber auch, um uns schöner zu machen, um Charisma zu empfangen. Hier habe ich jetzt noch Chrysanthemen mitgebracht. Die sehen jetzt zwar nicht ganz so ansehnlich aus, weil sie getrocknet sind, aber im heißen Teewasser gehen die wunderbar auf. Das ist ein richtiger Ablühtee dann. Denn Chrysanthemen, das sind chinesische Chrysanthemen, die stehen für ein langes Leben. Die verzögern das Altern. Chrysanthemen-Extrakt gibt es auch in Cremes. Da geht es darum, dass man jugendlich frisch ausschaut. Außerdem ist die Chrysantheme ja das Sinnbild für die Schönheit. Dann habe ich noch Rosen mitgebracht. Die stehen auch auf dem Zettel drauf, den du da gerade hältst. Rosen sind natürlich das Kraut oder die Pflanze, die Blume der Liebe. Nur muss man mit Rosen aufpassen, wenn man die in die Teerei macht, weil die leicht etwas bitter sind, wenn man zu viel drauf tut. Und so finden wir in der Küche, neben den Rosen und den Chrysanthemen vielleicht, die findet man dann eher im Garten, vielleicht auch noch aus irgendeinem Thema, die Ringelblumen. Ringelblumen macht eine ganz tolle goldene Aura. Ringelblumen ist ein Kraut, da hat sich die Hexe früher geschützt. Die hat immer Säckchen bei sich getragen mit getrockneten Ringelblumen, um vor dem bösen Zauber geschützt zu sein oder vor dem bösen Blick. Alle Gewürze, die warm machen, also Kardamom, Zimt, Ingwer, boostern die Aura auch auf, denn wir fühlen uns wohl. Wir sind geöffnet. Wir sind so hingabevoll, gerade bei Zimt, bei den Weihnachtsgewürzen. Das öffnet uns für die Hingabe. Das sind auch Gewürze, die die Aura schön machen. Und du hast hier diese beiden Zettel hier, da stehen noch einige Rezepte drauf, Tees und Gewürze, die man sich zulegen kann oder zubereiten kann, damit man dann innerhalb von wenigen Minuten, wenn man den Tee dann getrunken hat, für eine gewisse Zeit dann, wie gesagt, ein schönes Lichtfett, ein schönes Energiefett auch hat. Ein kleines Schutzschild vielleicht auch und man spürt es dann. Diese Rezepte laden wir gleich später noch auf unserer Facebook-Seite hoch. Also Sie sollten auf jeden Fall heute mal vorbeischauen und wenn Sie noch nicht auf unserer Seite waren, dann merken Sie heute wieder, es lohnt sich, denn es werden ganz oft unsere Rezepte natürlich veröffentlicht, viele gute Tipps, die man bekommt. Man erfährt viel über euch als Gäste, also schauen Sie mal vorbei bei Leichter Leben und wenn Sie auf unserer Seite sind, dann drücken Sie doch auch Gefällt mir, weil dann bekommen Sie automatisch jeden Tag natürlich sämtliche Informationen über euch, aber natürlich auch über tolle Sachen, denn selbst Tee, warmen Tee kann man auch gut im Sommer trinken. Also wir wollen ja jetzt alle, dass es warm wird, auch da schreit der Körper nach Wärme und zwar von außen, aber wir können uns auch die innere Wärme holen. Und es gibt ja im Sommer dann zum Beispiel der Pfefferminztee oder der Naneminztee, die den Körper sogar abkürt und Kräuter sind immer gut. Kräuter haben Vitalstoffe, die der Körper auch braucht und ich habe hier unseren Charisma-Tee schon vorbereitet, den habe ich nämlich vorhin schon ziehen lassen, weil das Studio so klein ist, da hätten wir jetzt mit dem Wasserkocher gar nicht anfangen können. Und jetzt genehmigen wir uns einfach mal so einen Aura-Tee, so einen Charisma-Tee. Den hatte ich dann auch schon gefiltert. Das Schöne ist auch heute, du wirst nämlich so einen eigenen Silke-Illing-Charisma-Tee herstellen, den unsere Zuschauer heute bekommen können. Genau, ich würde dann sagen, das, was ich noch über habe, ich habe auch hier schon ein paar Pflanzen oder hier Rosenblüten, ein bisschen Kornblüten, habe ich klein gemacht. Das mische ich dann noch zusammen. Da schmeckt sehr außergewöhnlich. Ja, da ist auch noch Vanille drin, weil Vanille ist auch ein wichtiger Extrakt, um die Aura zum Leuchten und zum Strahlen zu bringen, weil die Aura, Vanille gibt Selbstbewusstsein. Wie lange muss der Tee dann ziehen? Also vom Kräutertee sagt man immer sieben Minuten sowas? Genau, aber was viele Menschen falsch machen, wenn es sich um einen reinen Kräutertee handelt, man wirft immer wirklich recht viel rein. Und es reicht oft wirklich so eine Handvoll, die man sich dann rausnimmt und wo man dann wirklich auf einen halben Liter Wasser tut, der muss gar nicht so dick sein. Man kann also auch mit Teebeuteln zweimal aufbrühen, das machen viele Menschen sowieso, weil da einfach so viele Extrakte drin sind und eher eigentlich dünn noch besser schmeckt. Da kommen die Aromen noch mehr raus, als wenn man jetzt den Tee wirklich in großen Mengen kocht. Da ist der dann oft einfach auch dick und einfach viel zu kräftig, um dann auch die feinen Noancen zu merken. Mir schmeckt er sehr, sehr gut und vor allem das Schöne ist, dass unsere Zuschauer diesen Tee auch nach Hause bekommen können, denn Silke macht ihre eigene kleine charismatische Teezubereitung gleich bei uns und dieses Paket, das können Sie heute gewinnen in unserer Verlosung. Allerdings wollen wir natürlich wie immer auch heute wieder eine Frage beantwortet bekommen und zwar wollen wir heute wissen, über welches Thema sprechen wir eigentlich? Da mussten Sie mal ein bisschen zuhören. Ist es A, Charisma oder sind es B, Kartoffelchips? Ich gehe nochmal rüber zu unserer Silke Illing, denn mit aufrechten Gang kann man einiges dafür tun, dass man charismatischer wirkt und wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir alle aufrecht gehen wollen. Und Silke, du kannst den Menschen helfen durch innerliche, aber auch äußerliche Anwendungen. Das bedeutet, die innerliche kann man sich holen über Herzenswärme, über die Wärme des guten Tees, des charismatischen Tees, aber man kann auch viele, viele Übungen machen, die uns wirklich zu einem größeren, zu einem besseren Selbstwertgefühl verhelfen. Genau, da gibt es ja so viele Techniken und Übungen. Oft ist es allerdings auch so, wenn unser Selbstwertgefühl zusammenfällt, braucht man ganz schnell was, so SOS-Übungen oder SOS-Techniken, weil es einfach so ist, dass alle therapeutische Arbeit oder alle spirituelle Arbeit, die darauf hinzieht, dass das Selbstwertgefühl nachhaltig gesteigert wird, die ist ja in dem Moment nicht greifbar. Und da hilft es oft dann einfach auch, wirklich in die Mitte des Brustbeins zu gehen, zu unserer Ich-Bin-Gegenwart und einfach die Hand draufzuhalten. Da gibt es ja im Sternum diesen Punkt, der auch etwas wehtut, um sich bewusst zu machen, ich bin. Das hilft vielen Menschen weiter. Es hilft aber auch zwischen kleinen Finger und Ringfinger, hier, das ist so der therapeutische Griff, hier die Meridiane auszustreichen. Während, wenn man aufgeregt ist, geht man hier an die Kreislaufpunkte und aktiviert die Kreislaufpunkte, um das System auch zu harmonisieren und auszugleichen. Da gibt es viel, es gibt auch diese Klopfpunkte aus dem EFT, wenn man Angst hat, dass man hier klopft oder aus dem NLP klopft man dann hier unten. Es ist zum Beispiel interessant, dass man Menschen oft beim Lügen erwischt, wenn sie sich an die Nase fassen. Auch das haben Wissenschaftler herausgefunden. Die Blicke, glaube ich, spielen auch eine große Rolle beim Lügen, die emotionale Seite und die rationale Seite. Gibt es auch, genau. Es gibt ja dieses Blicksystem, dieses unbewusste Schauen. Und da ist es auch so, wenn man zum Beispiel nach rechts und links außen schaut, nach unten schaut, dann sucht man was im Unterbewusstsein. Das drückt beim anderen auch schon wieder aus und der ist gar nicht ganz da. Der sucht jetzt was, der kreiert sich hier was. Und da gibt es einfach so ein paar Sachen, wenn man die weiß, kommt man besser durchs Leben. Und ich habe hier noch was Interessantes mitgebracht, denn Düfte helfen auch. Und deswegen habe ich sie mal aufgeschnitten. Du hast hier deine Zitrone auch für dich. Jetzt trinken wir hier kein Tequila. Wäre auch nicht schlecht. Aber wenn wir hier so reinkneifen in die Zitronenschale und dran riechen. Zitrusfrüchte beleben, der Zitrusduft belegt. Und es gibt wiederum auch eine Studie, ich lese vier Studien, die besagt, oder hat man getestet, dass Menschen, die ein Parfüm getragen haben, in dem Zitrusdüfte waren, dass die eher angesprochen worden sind. Das heißt, dieser Zitrusduft macht wach. Der macht auch interessant. Das riecht zu würzig, das riecht zu frisch. Das riecht richtig lebendig. So wie die Farbe Gelb oft genutzt wird, auch in Schulen, dass man Wände gelb streicht, weil das fördert die Konzentration und Aufmerksamkeit. Aber es stimmt. Also es hat einfach was mit Frische zu tun. Man fühlt sich auch gleich ein bisschen gereinigt da. Genau, das ist ähnlich wie bei der Orange hier. Und wenn ich dann ein Parfüm trage, was unterlegt ist mit Zitrus oder Orangenduft, wird man feststellen, der andere kommt auch auf mich zu. Also das macht auch Menschen wieder gewogen, wie Pheromone. Ja, auch Pheromone, die Lockstoffe, die Duftstoffe der Liebe sind unbewusste Duftstoffe, die eigentlich gar nicht in erster Linie durch die Nase gerochen werden, sondern durch das Pheromonasalorgan, was wiederum mit dem limbischen System in Verbindung steht. Aber danach suchen wir auch unsere Partner aus. Und wenn ich dann mich vielleicht kleide mit etwas, was ein bisschen mehr auffällt und dann auch einen Zitronenduft habe zum Beispiel, dann habe ich schon viel gewonnen. Und wenn ich dann mit stolzgeschwärter Brust oder einfach etwas achtsamer dahergehe und, wie Du es vorhin gesagt hast, vielleicht auch so meinen Handschmeichler habe oder meinen Schlüssel in der Hand, wo ich mich daran festhalten kann, komme ich besser durch den Alltag. Ja, man fühlt sich gestärkter. Man braucht natürlich aber auch ein bisschen Mut. Wenn ich immer das kleine graue Mäuschen war, dann werde ich nicht von heute auf morgen der elegante Schwan. Aber ich kann es Stück für Stück schaffen und mich aus dieser Misere rauslösen. Da gibt es Gott sei Dank Hilfestellungen. Da gibt es Hilfestellungen auch über Dich, liebe Silke, denn auch Du bist über Questico zu erreichen mit vielen wertvollen Tipps. Denn heutzutage, glaube ich, ist man, wenn man als Berater arbeitet, eben nicht mehr nur derjenige, der in die Zukunft schaut, sondern derjenige, der einem einfach auch mit vielen unterstützenden Hilfsmitteln zur Seite steht. Und das muss ich wirklich sagen, jeder, der auf der Questico-Seite schaut oder auf der Questico-Hotline anruft, der bekommt ja nicht nur einen Blick in die Karten oder eine Lebensberatung. Dem wird das Selbstwertgefühl auch aufgebaut, weil dort auf der anderen Seite jemand ist, der sagt, du, probiere es einmal so oder mache das so oder es scheint, dass du diesen oder jenen Fehler begangen hast. Das hilft uns ja, präsenter zu werden und selbst besser kennenzulernen und selbst zu erfahren. Und ich war also, als ich auf der Hotline angefangen habe, recht überrascht, zum Beispiel wie viele junge Akademikerinnen anrufen. Also ich muss wirklich sagen, die Hälfte der Anrufe sind vielleicht auch wirklich ein Blick in die Karten. Aber der andere Teil ist eher psychologisch geprägt, dass Menschen wirklich anrufen oder Frauen anrufen, die wirklich auch neue Impulse haben wollen. Aber das ist genau das Schöne eigentlich daran, nämlich, dass man irgendwie jemanden hat, der einem ein bisschen größeren Input gibt. Und das sind immer so Kleinigkeiten, die einem aber weiterhelfen können. Das sind so, wie du heute die kleine Übung gemacht hast, stellen Sie sich selber mal zu Hause heute doch vor den Spiegel und gucken Sie mal, wie Sie sich selber verändern, wenn Sie lachen und halten Sie sich den Mund zu. Sie werden einfach diesen Ausdruck der Augen plötzlich als viel angenehmer wahrnehmen. Und es sind so Kleinigkeiten im Leben, die uns aber weiterhelfen können. Und dafür ist es super, dass es euch gibt, finde ich. Das finde ich auch. Da stimme ich dir zu. Silke Illing, auch du bist zu erreichen über Questico. Hast du deinen Berater Code gerade präsent? 82 84. Die 82 84. Und auch da kann man dich natürlich jederzeit anrufen zu der ganz klassischen Zukunftsbefragung. Aber natürlich auch darüber hinaus, wie man zum Beispiel wieder zu einem stärkeren Charisma kommt. Und ihr seid alles keine Zauberkünstler. Aber ihr könnt Menschen trotz alledem ein paar gute und wertvolle Tipps geben. Vielen Dank. Also ich gehe heute total gestärkt durch diesen Tag. Ich weiß nicht, liegt es nur am Tee oder liegt es an den vielen schönen, positiven Dingen, die wir heute gehört haben. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Also ich bin immer noch ganz begeistert von dem Duft der Zitrone. Hat man jeden Tag irgendwie eine Zitrone zu Hause und realisiert gar nicht, wie schön sie sein kann. Schleien Sie sich heute mal eine Zitrone auf. Wir gucken noch mal auf den Spruch des Tages. Wer dauerhaften Erfolg haben will, muss sein Vorgehen ständig ändern. Ja, nie stehen bleiben, sondern immer ein bisschen was tun. Ich finde es heute sehr schön. Also Glück, Zufriedenheit, Ausstrahlung, alles hat irgendwie gepasst, finde ich heute wieder. Ich hoffe, das ist morgen ebenfalls so. Wenn Sie dabei sind, würde ich mich freuen. In diesem Sinne haben Sie einen fröhlichen. Feierigen Nachmittag. Heute darf man es richtig kaufen lassen. Jetzt kauf ich sie weg. Ja, genau. Jetzt feiern wir so ein Pettdruck. Wir können es kaufen lassen jetzt. Genau. Lecker. Das international renommierte Ayurveda-Institut Ayushakti sendet zwei seiner Experten nach München. Und zwar in der Zeit vom 26. bis 31. März 2015. Jetzt anmelden. Rufen Sie uns an unter 0174 337 5727 oder senden Sie uns eine E-Mail an appointment at ayushakti.com und besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.ayushakti.eu Und das war es um zu sehen. Und das war es um zu sehen. Und das war es ein A-Mail an. Und das war es um zu sehen. Vielen Dank.